Hallo, ich grüße euch. Ich bin's wieder, Josef. Diesmal zum Thema Breathwork. Vom Alltagsstress bis zu den schwersten seelischen Lasten. Der Atem ist ein Werkzeug, um zu den Wurzeln des Leids vorzustoßen und uns zu befreien. Der Sinn unseres Daseins ist, uns seelisch wieder zu entwickeln. Das heißt also, im Laufe unseres Lebens wurden wir durch unsere äußeren Ereignisse eingewickelt, ohne es zu merken. Ob Ängste, Trauer, Wut, Unsicherheit oder sonstige Belastungen, wir werden in diesem Retreat, in der Gruppe und in Einzelsitzungen auf den Grund gehen. Das Unterbewusstsein reguliert unseren Atem. Wir müssen nicht daran denken. Aber je mehr das Unterbewusstsein durch unsere seelischen Lasten aufgefüllt ist, desto kürzer wird unser Atem. Dadurch wird unsere Energie reduziert und das wiederum beeinflusst unsere körperliche, geistige und seelische Gesundheit. Glücklicherweise kann der Atem aber auch bewusst mit unserem Willen reguliert werden. Das bedeutet, wir haben die Macht über unsere Emotionen durch die Atmung. Wir benutzen tiefe Atemzüge, um unsere emotionalen Lasten hochzuheben und dann blasen wir sie einfach weg. Wie bei der Zwiebel werden wir durch diesen Prozess Schale für Schale loslassen. Und nachdem wir uns befreit haben, wird der Atem sehr langsam und tief. Je mehr wir loslassen, desto mehr wird sich das göttliche Licht in uns ganz von selbst ausbreiten. Wir werden uns von der Raupe zum Schmetterling entfalten. Das heißt, wir werden wieder wahre Freude, Glückseligkeit und Liebe erfahren. Weiterhin werden wir uns durch diesen intensiven, transformativen Prozess, wenn nötig, die karmischen Zusammenhänge erkennen und auch in frühere Leben eintauchen. Um diesen Prozess weiter zu unterstützen, praktizieren wir auch aktive Meditationen wie Kundalini, Tanz, Trance-Tanz, Tai-Chi und Yoga. Und durch die aktiven Meditationen werden wir mental und emotional frei, sodass wir dann ganz automatisch in die passive Meditation eintauchen können. Der gesamte Verlauf des Retreats wird an die Gruppe und jeden Einzelnen angepasst, um maximale Transformation zu erreichen. Die meisten Teilnehmer erfahren in diesem Prozess ein spirituelles Erlebnis, welches sie zuvor noch nicht erlebt haben. Wenn du an unserem Retreat teilnehmen willst, dann kontaktiere mich und ich gebe dir aktuelle Termine und Orte, wo diese stattfinden. Momentan sind es drei Plätze. Zum einen im Allgäu, zum anderen bei Augsburg und über den Winter auch in Spanien. Falls du zu weit weg bist, gebe ich auch Online-Sitzungen per Video-Chart. Also dann wünsche ich dir viel Erfolg auf deinem Weg und hoffentlich sehen wir uns dann demnächst.